Das Unternehmen Hayek in Kapfenberg hat sich auf dem Sektor Reinigungsgeräte, sei es für Industrie, Gewerbe oder auch im privaten Bereich, ausgezeichnet positioniert. Willkommen bei der Firma Hayek Reinigungssysteme. Wir befassen uns seit 30 Jahren mit dem Thema Reinigungsmaschinen. Hauptsächlich Verkauf, Wartung und Reparatur von Reinigungsmaschinen der Typen Nilfisk, früher WAP, Cleanfix und Deporeco. Unser Betätigungsfeld betrifft Hochdruckreiniger, Bodenreinigungsmaschinen und Industrie-Sauger für den privaten Einsatz, genauso wie Industrie und Gewerbe. Kompetente Fachberatung, eigener Schauraum sowie laufende Aktionen zum Thema Reinigen in und rund ums Haus sind bei der Firma Hayek in Kapfenberg selbstverständlich. Vorgesehen für den privaten Bereich ist unser automatischer Staubsauger-Roboter von der Firma iRobot, dem Marktführer auf dem österreichischen und deutschen Markt, der jetzt schon in der dritten Generation hervorragende Ergebnisse im Haushalt zielt und eine große Hilfe ist. Weiters haben wir natürlich der Firma Nilfisk Nass-Trockensauger für den Innen- und den Außenbereich rund um das Haus für sämtliche Reinigungsaufgaben, speziell jetzt im Frühjahr. Eine besondere Stärke ist der schnelle und zuverlässige Kundendienst, der die Wartung und Reparatur der Reinigungsmaschinen umfasst, egal ob in der eigenen Werkstatt oder vor Ort bei Ihnen zu Hause. Ein umfangreiches Ersatzteillager ermöglicht eine rasche Reparatur. Die bestens geschulten Techniker sind mit eigens ausgestatteten Servicefahrzeugen unterwegs. Seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner der Industrie-, Gewerbe- und im privaten Haushalt in Murr und Mürztal. Reinigungssysteme Hayek, Industriestraße in Kapfenberg. Diesen Beitrag widmete Ihnen die Einkaufsregion Kapfenberg.